Tja, man muss sich mal überlegen. Gibt es Gott oder gibt es hier nicht? Natürlich gibt es Gott. Ich bin Katholik. Ich bin nicht so oft in der Kirche. Aber man kann auch da zu Hause an Gott mal beten, dass es klar haben. Man kann das eigentlich überall glauben machen. Man kann es einfach leise in Gedanken machen. Klar. Das war jetzt meine persönliche Wangen dazu. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Bis zum nächsten Video. Das war euer LW97.